Ich sehe das nicht negativ, natürlich auch Attersee, auch ganz lieb zum Anschauen, kann man ja positiv sehen, also auch, und Alicee, natürlich auch eine Märchenwelt, kann man auch positiv sehen. Ja, und die Rose natürlich spielt in der Kunstwelt eine große Rolle, auch bei Altenmeistern. Nur weiße Rosen sind zu teuer und rote Rosen sind überschätzten. Was wollte ich nur dazu sagen.